ja hallo leute willkommen zurück zum let's play rund ums mittelmeer aktuell sind wir wie ihr alle wisst in venedig angekommen hier unser nächster stint der läuft jetzt von venedig an der küste lang ja mal schauen wie wir kommen heute ich habe jetzt erst mal als ziel einen kleinen flugplatz 50 meilen ungefähr von hier aus entfernt herausgesucht die pq ja dann schauen wir doch mal was war alles auf dem flug hier leben viel spaß dabei so vielleicht hat sich der ein oder andere gewundert warum wir von dieser piste aus starten beziehungsweise diese flugrichtung hier erst mal aus fliegen nicht einfach ganz einfach davon dass wir noch einmal eine kleine runde über venedig selber fliegen wollen die diese der letzten sendung noch nicht so ganz mitgekriegt haben dann auch noch mal die chance hier sich für nedig von oben anzuschauen ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020